Die Dynavert CL84 war Mitte der 60er Jahre ihrer Zeit weit voraus. Dieses VTOL, Vertical Take-Off and Landing Flugzeug, ist ein besonderer Leckerbissen für alle Technikliebhaber unter den Modellbauern. Das sehr schön gestaltete und geschäumte Scale-Modell der CL84 von Hobbyco funktioniert wie das große Vorbild. Die gesamte Tragfläche kann um ca. 90 Grad gedreht werden. Im Schwebemode wird sie geflogen wie ein Multicopter. Im Flächenflug-Mode wie ein normales Flächenmodell. Die Transition zwischen Flächenflug und Schwebeflug funktioniert ausgezeichnet. Die CL84 von Hobbyco kann durch ihre Technik sowie durch ihre Optik voll überzeugen. Sie ist in jedem Fall ein Hingucker auf jedem Flugplatz. Den ausführlichen Bericht zur Hobbyco CL84 findest du auf deinem Online-Magazin rc-modellscout.de. Klick einfach auf unser Logo in diesem Video. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.past.de.de.de. www.past.de.de.de.de. www.past.de.de.de.de.de. www.past.de.de.de.